Treuen Bellisario entbindet ihre Tochter im Auto. Da hatte es aber jemand besonders eilig. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Sudstar Patrick J. Adams, 39, und Treuen Bellisario, 35, still und heimlich zum zweiten Mal Eltern geworden sind. Doch bei der Geburt lief alles anders als geplant. Denn das kleine Mädchen namens Elliot Rowena Adams kam am 15. Mai auf ziemlich skurrile Art und Weise zur Welt, in einer Tiefgarage. Eigentlich wollten Patrick J., Adams und Treuen Bellisario kurz vor dem errechneten Geburtstermin nur noch schnell ein paar Besorgungen machen. Doch daraus wurde ein Shoppingtrip, den sie wohl nie vergessen werden. Im Podcast Katies Kripp erinnern sich die frischgebackenen Zweifacheltern nun an den Nachmittag, der ihr Leben veränderte. Der Sudstar sei gerade mit dem frisch gelösten Parkschein zum Auto zurückgekehrt, als er seine Ehefrau dort schreiend und auf allen Vieren vorgefunden habe. Bei der 35-Jährigen hatten von einer Minute zur anderen die Wehen eingesetzt. »Ihr Po war auf der Höhe meines Gesichts, also habe ich ihr die Hose runtergezogen und da war auch schon der Kopf des Babys«, schildert Patrick die Situation im Fahrzeug. »Für eine Fahrt ins Krankenhaus sei es zu spät gewesen. Und sowieso habe er keine Zeit zum Nachdenken gehabt«, erzählt der Schauspieler weiter. Deshalb habe er kurzerhand selbst die Rolle des Geburtshelfers übernommen. All das ist innerhalb von drei Minuten passiert. »Das ist genau der Ort, wo unsere Tochter geboren wurde. Heute könne das Paar über die Geschichte lachen, auch, weil zum Glück alles gut gegangen ist.« »Ich habe über meine Schulter geschaut, weil ich immer noch auf allen Vieren war, und sehe Patrick, der sie kopfüber hält und sie heult, so treuen.« »Ich dachte nur, sie lebt, ihr geht es gut. Sie atmet.« Bei Instagram postet die Schauspielerin einen witzigen Schnappschuss aus jener Tiefgarage, in der ihre Tochter den allerersten Schreit hat. »Hier ist es. Das ist genau der Ort, wo unsere Tochter geboren wurde«, schreibt sie zu dem Bild, das sie mit ihrem Ehemann und Töchterchen Elie zeigt. Dies seien mit Abstand die 15 verrücktesten Minuten ihres Lebens gewesen. »Ich habe ich über die 16.000 Jahre tochter begonnen, aber es war schon ein Jahr. »Ich habe ich über das Lied. Ich habe mir in die 16.000 Jahre tochter begonnen, und in der 19.000 Jahre tochter begonnen.